Ja, grüß euch! Herzlich willkommen! Heute haben wir ein bisschen was Besonderes. Ich habe ein bisschen im Archiv gekramt und habe eine coole Episode gefunden und zwar ein Andi Nagler Special, dreimal sechs Loch und es ist ein bisschen ein anderes Format. Ich habe Andi und noch drei andere begleitet auf einer Runde und habe ein bisschen so das Rundherum eingefangen. Und ja, wenn euch das Format gefällt, wir haben eigentlich geplant, dass wir das von jedem von unserer Runde so einmal machen nächstes Jahr. Wäre cool, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, schreibt das in die Kommentare und ja, viel Spaß beim Video! So, und dann noch einen Meter kürzer. Schau, einer weglocht! Kommen zu einer weiteren Ausgabe von Divot und Pitchmarken ausbessern. Heute habe ich mir mit in den Flight genommen, den Bernd, den Rolli und den Gerd. Bernd und Rolli würden es gerne lernen. Der Gerd und ich werden ihnen zeigen, wie man Pitchmarken und Divot ausbessert. Nein, kompletter Blödsinn! Kann ich es loslegen? Ja. Okay. Irgendwo habe ich da einen Ballmarker, glaube ich. Ich habe eine Rolli, einen ummarkierten Ball. Lassen Sie es uns wieder nicht spielen, weißt du? Wir spielen einen Weiß-Vier mit Roland Fresl und Andreas Nagler drauf. Von denen habe ich nämlich letzte Woche ein paar verteilt. Gut dann, ein schönes Spiel. Heute Mannschaftstraining, erweitertes Mannschaftstraining. Wir üben den klassischen Vierer, Gerd und Bernd, gegen den Rolli und gegen mich. Beim Rolli und bei mir fange ich jetzt einmal mit der Eins an und der Rolli wird dann die Geradenlöcher in Angriff nehmen. Schönes Spiel. Okay. 150 hast du halt angesagt, jetzt hast du halt nicht mehr 145 gehabt, das ist okay. Aber der ist da, oder? Den rettet die Länge, so wie der Gerd sagt, wie der Partner sagt. So, Rolli schalt jetzt mein Handy auf laut, dass wir das auf der 2 machen können, wie besprochen. Der erste Abschlag ist natürlich immer mit viel Druck verbunden. Vor allem, wenn du den Rolli spielst, der macht dich komplett zu sauer, wenn du den ersten gleich mal rechts weg slice. Rechts mag er. Dort spielt er sein Birdie nämlich fix. Den Treiber habe ich noch nicht gesehen, das Färbeholz hat er mich probieren lassen. Was hilft beim Ernstl was? Ein Neuer. Nein, er schafft. Er braucht hin und wieder einen, weil er es anreißt, nicht? Nicht übers Knie, sondern weil er so schnell schwingt. So, warte mal. Haben die schon gespielt? Es steckt 15 drinnen. 160 der Pops sind 159. Sie hören den offenen Monolog von Roland Fressl. Den nehmen wir Rolli. Jetzt können wir es ja nicht mehr ändern, aber den nehmen wir glaube ich. Ja, den klassischen Vierer, sage ich, ich spüre ihn nicht so oft, aber ich sage, ich gewinne normalerweise das Team, das weniger Fehler macht. Natürlich, wenn da jetzt eine komplett überlegene Mannschaft ist, stimmt das auch nicht mehr zu 100 Prozent. Aber wenn es so ausgeglichen ist wie heute, gewinne das T-D-Gurt-Button und weniger Fehler machen normal. Du musst irgendwie schauen, dass du deinen Spielrhythmus findest. Dadurch, dass du nur jeden zweiten Schlag machst, musst du dich auf das vorher einstellen. Wie teilt man sich sein Sprechpark ein, bei sowas? Ja, der muss im richtigen Moment kommen. Du musst die tiefs noch tiefer machen und die hochs ein bisschen zusammenhalten. Leicht ist die Fahne nicht von da. Aber wenn es wer schafft, dann der zwar. Wenn der zehn Meter weiter ist, möchte ich auf die Fahne nicht spielen von hinten. Also alles richtig gemacht. Der ist natürlich nicht unvorteilhaft gekickt. So, näher als See wäre das Ziel. Das ist gerade nicht gelungen. Was war denn der ist? Wieder bergauf, Andreas. Ja, wie zufrieden kannst du mit dem glaube ich nicht sein. Aber wenn du einen starken Partner hast, der da den reingehaut, dann ist der Druck schon wieder da. Wir müssen uns die schönen Seiten jetzt einfach reinreden, Rolli. Die Richtung wissen wir mal. Nur, dass er auch mal einen Einsatz kriegt. Den glauben sie dir. Ja, war ein guter Versuch. Kannst du einen kalten sogar, glaube ich. Schenk ich dir. Für den nächsten Abschlag. Der ist auch gut. Schauen Sie es doch an. Es gibt so ein Lächer, da kannst du mit einem Gurten ein paar spülen. Es gibt so ein Lächer, da kannst du mit drei Gurten kein Bördi spielen. Der Chip war einfach unterdurchschnittlich. Die zwei, drei Grüns, die wir nicht treffen. Ein paar spülen, dann passt das. Zwei, dreimal wird es mit einem Rolli schon gespielt. Zwar jeder für sich, aber den klopft er nochmal. Souverän. Souverän durch habe ich. Und wie es im Matchplay so ist, sonst musst du halt auf die Situation reagieren. Ich hoffe, man kann die Kau-Geräusche gut hören. Und nur Bördis und Bars eigentlich, wenn ich den Müsl-Riegel sehe. Da braucht es eigentlich. Hätte ich mir den Riegel auch sparen können, wenn der Rolli so abschlägt. Sehr gut. Gibt mir Raum für Föller. Das ist ein guter Partner. Carry on. Ja, schauen wir. Gut, dass ich mich rasiert habe heute. Ich nicht. Ich habe nicht einmal gewusst, dass wir das heute machen. Aber unverhofft kommt oft. Du musst jederzeit bei Formen kennen. Mit und ohne Larry. Larry, der Mann hinter der Kamera. Falls er sich heute noch nicht vorgestellt hat. Wir werden dann mit Bauchbinde und Rahmen einblenden kurz. Ob ich denen jetzt suchen helfe. Natürlich, Manuel. Ich bin ein guter Flightpartner. Werde lange Hosen an. Manuel. Vielleicht magst du den Ball suchen. Da sind nämlich auch der Brennnessel. Der geht sich nicht aus, Andreas. Ich wollte im Netz langschießen. Das ist mir gelungen. Genau der Gegenwind war es. Kein Fall der Ballkontakt. Kann ich noch viel lernen heute mal. Sorry. Nein, war auch fett. Also war nicht viel weiter. Reicht es, ich den Ball da mitnehmen? Sehr gut. Das frage ich mich auch, ja. Aber du hast zum Aufgehen dann zwei Stecken. Was dich auch halten kannst. Du den jetzt irgendwie aufs Grün bringst. Ich glaube, ich kann mir mit fünf da was erben. Jetzt sehe ich. Ich hätte schon alles bereit gehabt zu markieren, aber den werden wir jetzt halt liegen gelassen. Ja, bis zum Tag. Den will man sich offensichtlich noch anschauen. Aber für einen Roliker-Problem. Das ist die Führung. Oft reicht es mir besser zu sein als die anderen. Ob fünf, ob sieben, ob acht. Alles egal im Matchplay. Aber ich fürchte, alle Fünfer werden nicht reichen, Rolli. Nein. Aber ich werde mich bemühen, jetzt dann ein bisschen Qualitätsgolf einmal zu bringen. Kameramann ist ready. Ich leider noch nicht, weil der Rolli meinen Ball noch eingesteckt hat. Vorsicht. Danke. 15 Jahre im Völkerball-Nationalteam. Freigeist gewesen. Das verlernt es nicht. Das bringt mich nicht raus. Ich war eh noch nicht bereit. Lässig. Lässig. Nur warten den ganzen Tag alle. Was hast du gedacht? Ich wollte eigentlich nicht rechts haben. Alles nur nicht rechts oben. Dann hättest du mir das sagen müssen. Schlechte Kommunikation wieder. Das stimmt. Ja, mein Fehler. Ich kann es eh vermeiden. Dann kann es nicht wieder links hinaus. Die Gegner sind wieder komplett im Vorteil. Da kommt kein Vorreiberaufschwung. Zu spät, Manuel. Jetzt habe ich einmal etwas Nettes gesagt und du bist nicht drauf. Die Gegner schon. Ich wollte einmal mit den Gegner reden. Ich stoße mich ab. Wir gehen gleich in eine ganz andere Richtung. Jetzt wäre wieder dein Bart alles gut zu machen. Mit einem Überraschungs-Birdie haben wir es jetzt im Sackerl. Ich werde auch nicht böse, wenn er im Zweifel sogar vor dem Grün liegen bleibt. Ja. Hat er auch richtig gut gespült, aber er wollte nicht hin. Pech. Schaut, dass er nicht ausfällt. Kickt nicht. Der ist passt. Den kann man jetzt Cheapen buttonen oder drüber drinnen. Habe ich alles im Repertoire. So, was machen wir da jetzt wirklich? Wenn du in dem Gegenhang raufkommst, rüpft er alles links weg. Ja, da wo du stehst, ist z.B. Kaubt sie einmal. Von dort rollt er zum Bern sind Rolli runter. Das ist wie beim Einsteig schießen. Mein Mann steht vorne und sagt ihm an. Der ist nicht weit links von der Fahne. Seht's bitte. Rolli, schnell markieren. Ganz schnell markieren. Andere links. Ich mach einmal zu fleiß. Nicht das, was der Rolli an sagt. Ah, den haust du noch einmal rein, oder? Normal schauen. Oh, der hat lange ausgeschaut. Wie ist denn der Rollis? Schauen wir den an. Ist das ein Zeiger? Schauen wir uns an. Ist das ein Zeiger? Sehr gut. Der Kauf hätte ihn schon geschenkt. Du warst näher dran. Eiskalt. Zu starke Gegner. Für meine Fehler hofftes Golf. Alles gehört jetzt wieder. Alles quadratisch. Das ist ein Zeiger. 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 Hast du mir nur ansagen. Auf die her, ja. Nur das, was der Rolli sagt, mach ich nicht. Oh, der Bart fest. Hallo. Servus. Das ist ein Zeiger. Absolut. Da siehst du halt. Rollen, die sind einfach Trendsetter. Da kommt der Bernd auch schon gelaufen. Der will seinem Partner auch das Gefühl geben. Bernd. Willst du das Grün anschauen, bevor du den zweiten drauf hier haben musst? Ich hab gesagt, dann schauen wir das an, wenn er geht. Da ein Meter zugeschießt. Ja. Die Rolli steht da im Spiel, wenn er den trifft. Schaut gut aus. Boah, der ist richtig gut, ja. Da geht er ein Meter zugeschießt. Wie ein Button, gell? Bleib da drauf. Kannst du meinen Button rausnehmen. Ich werde es auch tun. Egal, wo der Rolli hinschießt, der Button. Das hab ich jetzt gefilmt. Das lass ich drehen ab. Das kannst du schon drehen lassen. Muss ich mal. Mein Rolli trifft das Grüne. Hoffe ich. Der ist auch richtig gut. Go. Go. Der Button. Der NG Fix Button. Irgendwann werden wir anfangen, die Grüns zu treffen mit Regulation. Und dann ist Alarm. Seht's. Meine Fresse. Der Rolli batet gern bergab. Weit ausgeholt. Meine Stärke ist das Button, wenn er den zu kurz lässt. Kein Problem für den Rolli. Überhaupt kein Problem für den Rolli. Und den Gerd musst du kurz nur aufgehen und spülen lassen. Das ist ja das. Wir wissen ja, du haust ihn rein. Aber wir wollen dich so zornig machen, dass du mal irgendwas vom Tierenfäller machst. Oder sagen wir was. Rolli, gehst gar nicht mit auf. Das ist wie im Einzel-Match-Player. Jetzt ein Head-to-Add. Das entscheidet das Loch. Wer da weiterkommt und gerade hat gleich mal einen Punkt gemacht. Mal schauen, was die Wundertöte heute hergibt. Das war mal ein Brett. Aber toll. Da entwickelt sich aber, glaube ich. Rolli. Set's up for birdie. Ja, Mann hat's been. Gott sei Dank. Ich hab mir gedacht, das Grün schaut so spiegelig aus. Der ist auch nicht zu langsam. Bist zu deppert, da geht's auch hin. Alle leicht hast du heute nicht. Aber leicht hat's dich. Aber ich wollte eigentlich genau die Linie von den anderen überlassen. Das ist ja das mal genau. Nur nicht 8 Meter. Der 1 ist zwar nicht, aber da schon. Der 1 ist zwar nicht, aber da schon. Nein, ich wollte ihm einfach rein tun. Aber ich hab zu viel wollen wieder. Will ich euch helfen? So, willst du den spielen? Kannst du da so einen Daimon nehmen und mitrennen lassen dann? Der passt. Ja, rechte. Innerhalb vom Loch da den spielen. Auf jeden Fall. Rechte Lochkanten, innerhalb vom Loch. Das hab ich. Gut taktiert halt, nicht? Wenn ich da die gleiche Länge von drüben lasse, ist das nicht leicht. Eins auf. War ein Vorteil, dass wir den Bart von innen gesehen haben. Ja, kein Nachteil auf jeden Fall. Auf jeden Fall kein Nachteil. Aber es war echt ziemlich spiegelglattes Grün. Ich hab bei meinem auch nicht gedacht, dass der so weit raus holt. Das hast du schon beim Bernd gesehen? Ja? Der bleibt überhaupt nicht sehen. Was ist da los? Da hab ich mir gedacht, wenn ich da jetzt wieder einen Bergabfahrt überlasse aus. Einen Meter oder eineinhalb. Das würde dich jetzt auch nicht freuen zum dritten Mal. Dass man zwei Meter Bergabfahrt richtig über. Ja, ganz normal, Rolli. Birdie reicht. Ja, passt dort, ja. Ja, irgendwann kommt die Hintergitter, wenn du den Bart vorbeihast. Ja, und jetzt können wir wieder chillen. Das ist eh cool irgendwie. Also die zwei Großmeister gegen die zwei Großmeister. Also wollte ich das jetzt nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, die zwei jüngeren Großmeister gegen die zwei älteren Großmeister. Ich spiele am Tee. Bezeichnest du dich selbst als Großmeister? Aber nur als jungen Großmeister. Noch viel lernen du musst. Vielleicht musst du aber eh nach oben gehen zum Abschluss. Das ist eine Rolle. Ich fragte, Achtung, Frau. Wo ist der? Ich will nicht schimpfen, das ist ein gutes Zeichen. Er wird mir dann sicher sagen, wo ich hingehen muss, weil ich es gesehen habe. Gut, Rolli. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, er war nicht so gut, wenn er so darauf reagiert. Ich wollte ihm nur ein bisschen Konfidenz geben. Deshalb braucht er, dass er wieder meine zwei Meter Bats reinhaut. Gerd brauchst keine Angst haben vor den Socken, der hat sein letztes Socket gehabt mit 15, glaube ich. Ah, dort spielen wir, okay. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, links. Ein bisschen die Schönheit des Platzes und diese Charakterbäume vorstellen. Da hätte ich sagen können, das ist eine Stieleiche, 350 bis 400 Jahre alt in etwa. Das ist ein Naturdenkmal geschützt. Dann kommen wir schon zum nächsten prächtigen Baum. Der Rolli hat uns jetzt extra in die Situation gespielt. Du bist ein Robi-Gärtner? Ja, ich bin Ornithologe und wenn du dich mit Vögeln ein bisschen beschäftigst, musst du natürlich auch wissen, welcher Vogel haust auf welchem Baum. Wenn du den Rolli spielst, musst du auch einige Baum-Sorten kennen eigentlich. Schön klein. Ja. Ganz flach unten durch. Du musst ja nicht noch weiter links. Keinen Fehler gesehen, Rolli. Da sind ja mal die dran. Mit Rückenwind spielst du den schon 40 Meter hinter das Grün. Der Baum besteht aus 80 Prozent Luft. Ich weiß, ich kann ihn nicht verahmten. 111 Meter. Dreimal die Eins. Schnapszahl. Gutes Zeichen? Das kann man jetzt noch nicht so sagen. Schauen wir mal dem Bern zu. Dann sag ich dir, wie viel Risiko wir da nehmen. Der ist, glaube ich, knapp und knapp drauf. Der liegt schon eher zum Flieger, gell? Rechts lang hinten, wenn wir den Rolli haben. Weil ich das nie mache, was der Rolli sagt, werde ich mal links kurz ziehen. Drüber bin ich. Aber das Grün, glaube ich, habe ich nicht getroffen. Du hast ja echt links gepackt. Scheißlich. Nur Pech. Ich wollte mit der Krone drüber gehen, einfach nur um zu demonstrieren. Das nächste Mal, du kannst mir noch weiter Zubi spielen. Das ist kein Problem. Aber jetzt weiß ich, was bei uns schief geht. Wir haben uns einen Regenschirm nicht geputzt. Der ist noch nass vom letzten Mal. Der letzte Mal hat es nicht gekriegt. Der hat es gekraubelt. Das ist eisig. Eisig ist er vielleicht noch nass. Sicher nicht. Wir spielen es heute ganz trocken ohne Grün-Treffer. Daher haben. Herr Rolli, ich weiß auch nicht, warum er das letzte hat getroffen. Komplett für nichts eigentlich. So, wie schaut es aus? Ja, Paten, glaube ich, ist keine Option. Alles links von der Fahne nehme ich Rolli. Paten tut auch nur der Gerd bei euch. Ja, da war nicht schlecht, Oli. Zwar nicht unter der Fahne, aber... Aber so einen halben Meter Break auf eineinhalb Meter. Das ist genau meine Spezialität. Ich lasse ihn nur markiert, weil der Bernd schießt gern. Zwei Meter drüber. Dass er ihm im Weg liegt. Zum Anschauen. Ich glaube, dass das noch zu wenig ist. Auslieben dürft ihr halt nicht, gell? Dann hauen halt eine. Mit der Gesicht. Habe ich gesagt, kommen wir rein. Ja, dann nehmen wir alle in so schwere Positionen und wir spüren Schimpfart. Du kannst nicht schimpfen. Sauber Bernd. Bleib bei einem. Jetzt gehen wir dann nach zwei Rolli, oder? Ja. Ist der Plan. Ist der Plan. Wenn ich ein paar drei abschläge. Wenn ich ein paar drei abschläge. Jetzt gehen wir entweder mit einem Birdie auf zwei auf. Oder müssen wir halt auf fünf mitnehmen. Das hilft nichts. Wulst, wenn wir es abwähnen. Ja. Ja, ich starte da gleich rauf. Wie schneiden wir dann raus? Mit dem Tragepack. Kannst du es drin lassen. Mit dem E-K ist vielleicht nicht so geil. So viel tragen nicht, dass da eine Trampelpfad entstanden hat. Jetzt haben wir viel Zeit für eine Vorbesprechung, Olli.